Hallo und herzlich Willkommen auf dem YouTube-Kanal der C3-Kramm-K-Konzepts GmbH. Mein Name ist Oliver und heute erkläre ich euch mal, was in diesem magischen Umschlag ist. Denn darin befindet sich Werbematerial für euch, kostenfrei und neutral, so dass ihr gleich bei eurem Verkaufs-Point an eurem sogenannten POS-Point-of-Sale, wie man das so schön nennt, starten könnt. Ihr könnt dieses Material auslegen oder aber auch nach einer Inspektion oder Wartung in das Fahrzeug legen, so dass eure Kunden informiert werden, dass ihr diese innovative Dienstleistung bereits heute anbietet. Was befindet sich jetzt nun in diesem geheimnisvollen Umschlag? Nun, zum einen haben wir hier zum Beispiel den Spiegel-Anhänger, den ich eben schon erwähnt habe. Den könnt ihr dann dem Kundenauto beigeben oder aber auch einen Informations-Flyer für den Endkunden. Dort kann er sich umfassend über die Reparaturen informieren, aber auch einen Tischaufsteller, den ihr direkt bei euch auf den Schreibtisch aufstellen könnt. Und wir haben noch einiges mehr in diesem Umschlag, auch zum Beispiel Aufkleber für eure Briefkorrespondenz. Wenn ihr dieses Paket haben möchtet, so geht einfach auf unsere Homepage www.c3.ag www.c3.ag Dort könnt ihr euch das Starterpaket bestellen und dann habt ihr innerhalb von wenigen Tagen es bei euch im Autohaus oder in der Werkstatt. Wir freuen uns drauf. Ich sende elektrische Grüße hier aus Isenbüttel. Bis bald.